Tja, ihr Lieben, ich begrüße euch zum nächsten Trailerchen, heute am 8.10.2023. Hauptfokus liegt natürlich jetzt da auf diesen Konflikt, ist klar, aber das eine oder andere erscheint dann auch noch, sogar auch Mr. Wissen2Go, der jetzt das auch aus meiner Sicht gar nicht so schlecht hier dargestellt hat. Da gibt es jetzt gar nichts zu kritisieren, na gut, bis auf ein, zwei Punkte, aber das ist ja im Vergleich zu den Sachen von früher komplett marginal. Alles anzuschauen, VK, Bitschut, Odyssee oder Rambl und dann vielleicht bis gleich, macht's gut, tschüss.